Der Mystiker Rumi sagte einmal, jenseits von richtig und falsch liegt ein Feld. Dort treffen wir uns. Ich wünsche dem House of One, dass jenseits von mein und dein, jenseits von ihr und wir, das House of One ebenso ein gemeinsames Feld, ein gemeinsamer Raum wird und als Monument auch bleibt. Untertitelung. BR 2018